speichern ist er schrott tun zum schrott nimmst du die pistole munition auch kann ich nicht so ja gut dann nämlich du hast auch keine mehr in deiner pistol können es mal nachladen lacht wo siehst du das denn wenn du in einen wenn du dreieck drückt dann siehst du ja deinen ach so wenn du dann r2 drückst siehst du jetzt einfach weiterspielen müssen jetzt sagen muss ich kann das halt hier kann ich aufmachen wenn ich möchte oder ist ein ganzer weg ich weiß jetzt nicht was davon hauptweg und nebenweg ist ich mir jetzt einfach mal dass sie ist von innen verriegelt das ist ja ein weg da rein geben vielleicht kommen wir mit ja also das sieht jetzt hier nicht so aus als wäre das der hauptweg weil da ist an dem kai ist dann ende der kai der kai ist dann vorbei hier ist noch mal pistolen munition äh ja hol ich mir gleich geld geld sie ist von innen verriegelt ja oder auch nicht weil das die zweite tue die von innen verriegelt ist das sieht auch nicht so aus als wäre da was drin ich habe das gefühl dass wir hier später hin müssen zum fliehen möglich aber sonst sehe ich hier nichts ja dann wissen wir ja schon mal wie der weg ist da können wir einfach dann welche hin einspoten jetzt mal fliegt die tür auf hier geht doch hier kann man auch noch mal runter ich glaube da ist nichts außer ekelhaftes wassen ekelhaft also das ist so ein anderer weg noch ich glaube wir müssen hier lang das sieht mir so verdächtig still aus da vorne das sieht mir so verdächtig still aus da vorne das sieht mir so verdächtig still aus da vorne zwei fässer 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 und kisten schroud und noch eine handgranate die dazu dann kannst du ja auch nehmen wenn da nicht eine videosequenz käme wenn da nicht eine videosequenz käme da ist er wo es da nicht ist verdächtig ins Was ne Überraschung. Oh, ein Ladevorgang. Hä, wie komm ich, oh wir haben nur zwei Minuten, da sollten wir Gas geben. Ich hab hier Pistolenmonitionen, sonst nix, dann, ich, ich hab ich gesagt. Ich glaub, wir sollten eher rennen als, ja, jetzt muss ich die nachladen, ich fass es nicht. Dankeschön. Ja, das ist Gold. Du hast keinen Schuss mehr? Ja. Was schon. Gehen wir aus dem Weg. Mach doch die, da ist ein Schloss vor. Da war eben kein Schloss vor. Das stimmt. Oh, da ist eine Sprengfalle. Oh, da ist noch eine. Wer hat die da hingebaut? Die waren alle eben noch nicht da. Oh, der Schwarze, warum stehst du denn jetzt hier? Oh, der Schwarze hat die bestimmt alle hingebaut. Ja. Ich baue euch mal Sprengfall in den Weg. Damit wir nicht fliegen können. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ich nehme mal die mit und die gesamte munition die ich dafür habe da kann ich bestimmt was ich setze dich unter druck und mache ich das mal hier noch schnell so da war ja aber ganz schön knapp hier noch 40 sekunden ja ah ah was happened Erwin. Will. Er kann nicht zu weit gehen. Josh. Danke. Danke. Danke später. Wir haben Kumpel. Ich bin Arlen. Wir haben den Kampel. Hier geht's! Hör auf! Wo? Wo kam das denn her? Das war meine Schuld von links. Ich hab nicht schnell genug geschossen. Kann doch mal hier aufhören, so rum zu... Hacken? Ja. Bam! Headshot! Und jetzt? Vor uns? Ach man kann auch nach vorne gucken. Ach man. Was fährt der so schnell mit dem Boot da weg? Nee. Okay, dann eben nicht. Och nö. Ich hab überhaupt keine Munition mehr, ne? So gar nichts. Das ist... Das ist... Aber... Uh... Dann... Ich kann's noch nicht mal geben. Ach so weit ausgerüstet. Ich vermute dich. Ach... Ach man kann hier... Ach man kann hier... Entschuldigung. Ich glaub wir müssen hier nen Schalter betätigen oder sowas, ne? Ja der ist ähm... Verbot aus... Ähm... Also wir müssen einmal rum. Ja. Ja in der... Hier ist Schrot. Nische... In dieser Nische ist noch ein Fass. Okay. Wo du da den Hebel also drückst, bis das Reach meet. Da in der Ecke. Ach? Da, ja, sehe ich. Aber ansonsten war es di an der Mission. Ja, das ist gar nichts. Action-Beladen. Ja, nichts passiert. Diese Spitzen da dran, ne? Ich kann die von hier aus schon mal in Beschussen, unter Beschussen Ja, das ist sehr gut. Au, Matsch! Ich hab da was am Kopf. Ui! Ah, ich hab da wieder was am Kopf. Was ist hier? Ah, hier ist auch noch was. Geld! Achtung! Ähm... Du hast das Haus kaputt gemacht. Ups. Soll ich jetzt mal gut hier? Weiß nicht, ich seh jetzt... Kann mal keinen mehr hier rumstehen. Vielleicht vor uns, da hab ich aber schon zwei Stück weggeballert. Guck mal wie er auf rot. Guck mal wie er auf rot. Ja. All right, let's go! Let's go! Hi, oh... Hallo, hallo, dürfen wir uns bücken? Oh! Oh, ho, ho, ho. Da kommt nochmal... ...hust die Rücken. Another pipe, get down! Muss man die kaputt machen eigentlich? Weiß ich nicht. Wo kann man... Wo kann man... Irgendwie fahren. Ich mein, die werfen teilweise mit... ...Dynamitstangen, das ist nicht so gesund. Denk ich. Sagte er. Und bekam einen in die Fresse. Okay, ich glaub hier müssen wir wieder ausstellen. Okay, du wirst alle wissen was zu tun! Du wirst alle wissen was zu tun! Yo! Wer schießt denn hier? Schauen wir mal den Knaben da vorne. Und seine... Dynamit! Danke! Richtiger Schmacko ist hier, ey. Hi, ich hab ne Aua. Ich hab ihm ins Wasser geschossen. Au! Ey, da sitzen welche am... Das ist ein Geschützturm. Ja, aber ich seh das! Richtung, Richtung, Richtung Tor... Ah! So, ich esse jetzt erst mal einen. Einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich. Zwei Wunsch, bitte. Wenn der aufhört zu schießen, kann ich den auch. Oh! Momentuell... Momentuell... Und den... Na komm, ich zeig dann... Hier ist ein schwarzes Köpfchen weg. Gut. Den hätten wir nämlich soweit mal. Jetzt müssen wir hier hinten. Was derверn... Glory. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020